jo meine liebe freunde wie geht es euch und herzlich willkommen zu diesem video hier auf diesen channel ja ich werde jetzt gerade sagen kurz nur in einiger sache die super wert ist jetzt eröffnet ihr könnt jetzt mal die in die video beschreibung gehen da findet ihr meinen baumeister id link in also der der code zu meinen baumeister id ist in der video beschreibung drin ihr ganzes überwärts so spielen wie ihr wollt ihr könnt auch jederzeit pause machen also kein problem für mich also kleine nebeninfo es wird dann nachher einen filmkanal starten wo ich auch noch regelmäßig mal maker videos drehen wenn man nicht meine beide videos noch nicht gesehen haben dann lass einfach ein like und ein abo da und das in kürzer zeit und das in kürzere zeit wenn ihr noch mehr mal maker zwei videos sehen wollt dann lass einfach einen viert kanal ein auge da ja warum mache ich diesen viert kanal ich mache einfach so dass es immer noch spaßiger wird um meine videos zu schauen und so aber es ist einfach ein kleiner sache warum jetzt die ganze scheiße durchführt und so ich denke nur einfach dass ich irgendwann scheiße bin und ist einfach einfach so blöd wir knacken bald die 1000 aufrufe auf meinem videos wo ich da ein doktor davy ein doktor hübi mal geteilt habe und jetzt knacken wir bald die 1000 aufrufe und das machen wir in verkürzte zeit also lasst du dieses video den ich jetzt gerade einblende einfach ein like und klickt das video an ich weiß auch noch mal die beschreibung verlinken auf ganze zeit wir knacken bald auch mal die 1000 aufrufe und dann werde ich einen zweiten teil von unseren ein doktor hübi machen also lass einfach so einfach so viel like like bomben wieder lasst die like bombe explodieren wir haben jetzt schon fast 42 likes also das ist richtig cool und wenn ihr noch mehr sehen wollt lassen leiden haben also leute vielen dank fürs zuschauen also wie gesagt die super welt ist offen video beschreibung ist mein baumeister die viel spaß damit und wenn ihr noch mehr mal merkt zwei videos sehen wollte lasse vier einfach auf dem vierten kanal ein abo da wir schaffen zwei likes und dann kommt ein nächstes video online also lasst einfach ein like und ein abo da teilt das video mit euren freunden abonnieren diesen kanal und keine videos zu verpassen und bis bald abonieren